Dexacoin, was steckt dahinter? Nichts. Haben Sie dort Geld investiert? Nicht gut? Dann werden Sie sich fragen, ob Sie denn überhaupt eine Chance haben, dass Sie Ihr Geld zurückbekommen. Und wie die Chancen sind, dass das gelingt. Das will ich Ihnen gerne verraten, aber jetzt am Ende dieses Videos. Schauen Sie sich also das Video bis zum Ende an. Da sage ich Ihnen, was Sie machen können und welche Chancen es gibt, dass Sie Ihr Geld zurückgehalten. Hallo, ich bin Angeanwalt Jochen Rasch. Thema Dexacoin, was steckt dahinter? Nichts. Eine reine Luftnummer, ein Fantasie-Produkt. Alles, was Sie auf dem Bildschirm gesehen haben, ist alles Lüge. Kein Cent von Ihrem Geld wurde jemals investiert. Alles fake. Dann werden Sie sich fragen, wie soll denn das jetzt weitergehen? Wie können Sie denn dann an das Geld ran? Das will ich Ihnen gerne verraten, wie das gehen kann. Manche meinen ja, die Polizei wird Ihnen dabei helfen. Machen Sie eine Strafanzeige. Das ist die falsche Richtung. Eine Strafanzeige dient vorrangig der bestrafenden Täter, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Wir verfolgen die Spur des Geldes und wir sind damit recht erfolgreich. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, können Sie mich gerne anrufen unter 030885970 oder besser noch, gehen Sie auf unsere Webseite. Lesen Sie den gesamten Artikel zu Dexter-Kreuen. Sie werden ein Interessantes dort finden und es wird Ihnen klar sein, alles Lug und Tug. Und Sie finden dann einen Fragebogen. Sie können diesen Fragebogen bitte ausfüllen. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres konkreten Falles. Wir sagen Ihnen, ob wir einen Fall überhaupt übernehmen können. Es muss hinreichende Erfolgsversichtsen geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Und nun haben Sie eine Einschätzung aufgrund von Fakten. Und Sie sind dann in der Lage, Ihre eigene Entscheidung zu treffen. Sie wissen, warum es für Sie der richtige Weg ist, dass Sie sich unserem Sammlerverfahren anschließen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017